willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ja keine hybrid angriffe mehr bei uns im clan ganz klar wird ganz ganz wenig nur noch mit hybrid angegriffen ich kann euch das mal zeigen deswegen habe ich mir den titel auch heute mal rausgesucht denn im letzten clan krieg haben einige oder eigentlich sehr sehr viele sogar hier nicht mehr mit hybrid angegriffen beziehungsweise bisher war es immer so dass gerade die hybrid angriffe eigentlich sehr sehr cool waren und beziehungsweise du da relativ viel mit gerissen hast und auch oder und oder auch die die smash oder was auch immer aber ich habe jetzt hier die letzten vier angriffe mal für euch festgehalten und da ist mir das eigentlich aufgefallen beziehungsweise es ist mir natürlich gestern schon aufgefallen beim clankrieg dass hier ganz ganz wenig nur noch oder ganz ganz wenige mit hybrid angreifen sondern wirklich wieder plänen irgendwo armeen nehmen die es natürlich schon gab aber die nach wie vor wieder sehr sehr erfolgreich sind was mir auch aufgefallen ist dass ganz ganz viele der gegnerischen bases drei single infernos haben drei single infernos die base hier hat jetzt noch hier hinten glaube ich ein multi ein hat er jetzt rausgenommen mit dem blimp und jetzt muss die queen gleich erst mal nur den laberhund machen beziehungsweise auch den eiskuchen dazu das ist ziemlich nervig dauert halt und kostet halt zeit aber ihr seht das hier und hier wird auch nicht aufs rathaus gegangen ich bin immer noch ein kleiner kleiner schisser ich gehe also ich gehe immer gerne schon mal so ein bisschen richtung rathaus und aber ihr seht das hier das hier sind oder ist eigentlich meine angriff und also nix mit hox nix mit hybride oder so sondern plane die meine jetzt rein geschickt in die base hier wir haben jetzt erst mal richtig zu tun dort nicht quellfalle tornado falle stört natürlich die meiner überhaupt nicht die mussten jetzt war am anfang die dicken lager weg machen aber mit dem zauber der vielleicht eigentlich für die queen sich aufgespart hatte geht das hier weiter in die base außen wird jetzt schon ein wenig clean up beziehungsweise wird der weg für die miner noch so ein bisschen geebnet so dass sie nicht ganz so hart hier raus kommen heiler switch jetzt auf die miner dafür hat es jetzt dann die queen leider erwischt weil die nicht mehr in heilung war und die miner einfach mehr schaden bekommen haben obwohl die queen eigentlich auch schaden bekommen hat weiß gar nicht warum da der heiler switch eigentlich war aber schön gemacht hier außen gehen jetzt noch so ein paar und die masse ist hier aber drin vor allen dingen mit heilern und der baby drache überlebt immer so richtig lange der hat der hat richtig viel aufgeräumt der baby drache aber hat das schön gemacht mit dem loon vorweg und dann war es ja auch kein zeitproblem denn ab und zu haben wir immer noch ein zeitpunkt gerade mit solchen angriff strategien aber die sah hier jetzt mal sehr sehr gut aus also erst mal only miner und ich habe hier auch wieder kombis gesehen habe ich gedacht das geht es geht eigentlich gar nicht aber es geht es geht und wirklich gewagte gewagte dinge also alles in eine waagschale geworfen wir haben den krieg auch gewonnen das habt ihr habt ihr gesehen der gegner hat aber auch gut vorgelegt denn mit sieben zu zwei stern glaube ich so zwei drei stunden vor schluss sah das noch nicht ganz so deutlich aus wir schauen ja mal weiter ich habe heute zumindest natürlich jetzt ohne die rathaus 13 für euch im petto und hier sehen wir hocks also queen charge hocks auch nix mit hybrid auch hier wird mit dem blimp erstmal einer der infernos rausgenommen aber ich glaube das ist jetzt schon eine base ja das ist jetzt schon mal eine der bases mit drei infernos auf single ich weiß nicht ist das vielleicht ich will ich will jetzt nicht sagen der neueste schrei oder so aber ist das vielleicht doch das effektivste wenn man die alle auf single einstellt meine stehen teilweise noch auf auf multi und meine base hat diesmal gehalten aber zwei klankriege vorher die gleiche base jedes mal gedreiert worden wenn ich ihm im ersten hit dann meistens mit mit dem zweiten aber mit fast immer der mit fast immer den gleichen taktiken nämlich mit yeti smash aber hier mit den hocks die der chuck hier nimmt da nicht der chuck ist ein anderer account der mini schön gemacht richtung rathaus gefundelt hier mit der queen also auch hier das passing so ein bisschen vorberechnet der scattershot schießt jetzt zwar macht auch mal massiv schaden da mit der gegnerischen queen vor allen dingen aber jetzt geht es hier mit den masshocks rein ein hat er einen hockrider hat er vergessen weiß auch gar nicht wo er den später einsetzt wo er den später einsetzt ein bisschen clean up auch immer dabei das ist auch immer ein kleines problem von mir dass ich manchmal ein bisschen zu wenig clean up dabei habe oder auch teilweise gar nicht dran denke dass ich mir vielleicht auch noch ein paar truppen für ein clean up lasse der späte worden zündung hier am letzten inferno aber die hocks gehen hier richtig richtig krass durch und auch die queen hat sich den weg gebannt also diesen absolut parallel hier jetzt zueinander gelaufen bzw geritten und schöner angeführt und auch ich betone das machen da flucht das ding von der gladiatorin aber auch mal richtig weit für den clean up dass wir tatsächlich wenig hybrid genommen haben oder halt doch viele angriffe hier wieder mit so plane strategien gemacht haben queen charge hocks oder auch queen charge lalo so ich muss mal eben reingucken so da geht es weiter und auch meine uhr läuft weiter ich mache mir mal ab und so eine stoppuhr wenn ich aufnehme um zu checken wo bin ich eigentlich habe vor allen dingen erst gedacht ich kann gar nicht mehr aufnehmen heute war ja eine kleine wartungspause war aber das war nur ein kleiner server abkriebe also so eine kleine serverwartung und bei dem angriff hier habe ich da habe ich gedacht dass das geht nicht das geht nicht und ich weiß nicht was ich habe ja ich habe schon immer gedanken angezweifelt aber die von julie sind nicht besser also alter falter oder man hat die bild schon öfter mal so gemacht oder so gesehen dass man sie macht aber ich glaube das ist ein bekannt bekanntes design hier und er nimmt hier auf jeden fall passenden sachen raus die klarburg kommt jetzt raus meistens hatten er hatte der gegner dort ich glaube ist auch ganz gut gewählt noch irgendeine truppe mit drin die jetzt nicht unbedingt nur auf erd truppen geht sondern auch auf luft truppen aber hier musste jetzt letztendlich nur der baby drachen dann eigentlich sterben bzw weggehen ich gehe mal kleines stück näher für euch rein und auch ihr mit mit dem blimp und ein elektroner ok jetzt hier weiter durch diese base durch und der drachen schafft aber richtig viel leider jetzt gerade ein bisschen blöder abgelenkter von dem king da hat er sich bestimmt auch geärgert dass der drachen er auf den king geht und nicht weiter in der base bleibt aber er ging halt nicht mit dem ersten mal kaputt und jetzt geht es hier entgegen des rathauses und entgegen des fegers hier mit den mit den loons weiter rein und ich habe eigentlich echt gedacht er geht gar nicht geht nicht so ein weiter weg bis hinten hin also bis auf bis auf 9 uhr ist wirklich der hammer aber der flugweg und auch der luftweg für die lufttruppen beziehungsweise für die loons wunderbar gemacht auch mit der gladiatorin im hintergrund und jetzt erst die worten zündung über dem rathaus das fällt jetzt geht es noch mal auf die multi infernus außen werden noch ein paar clean up loons gesetzt beziehungsweise zum ablenken der luftabwehr dass die anderen noch im spiel gehalten werden und dann krasse drei sterne hier muss man mal muss man mal neidvoll anerkennen sehr sehr schön gemacht und auch wenig gesehen im moment diese taktik wenig gesehen also in den kriegen die wir hier so spielen muss ich sagen ist vielleicht von 20 30 angriffen vielleicht einer der überhaupt mehr weil mit luft geht auch von den auch von gegnern teilweise wird doch viel mit bodentruppen angegriffen also irgendwo klar hier die smash oder hybrid angriffe mit hola und nicht mit bolan mit meiner und mit hockrider und war das ist das schon sehr sehr schön aber wenn man es kann soll man es auch machen und der julie kann es hier ganz ganz sicher also wirklich schönes ding hier schöne drei sterne von fünf auf die nummer 25 wir spielen ja auch in die rathaus 13 also müsst ihr heute in jedem fall mit dem liebleben und ich habe glaube ich ja doch ich habe noch einen hier und ich nenne ihn immer mr smith von smith hier auf die nummer 24 und auch hier seht ihr hokrider wieder die hocks also entweder sind es die infernos dies da dies da machen wo wieder gesagt wird ich nehme mal lieber wieder so eine plane truppe oder aber die bases lassen es teilweise auch gar nicht mehr anders zu und hier mit der blimp erstmal den einen inferno rausgenommen wunderbar hatte auch den schaden schön ausgenutzt den der blimp selber ja noch macht wenn er kaputt geht und klanbuch gelockt und hier kommen jetzt drei eis golems allerdings raus die sind natürlich ein bisschen blöde auch auch für hocks sind die doof auch wenn die hocks schneller sind die nerven halt die ganze zeit und sind in der base beziehungsweise laufen den hocks hinterher auch wenn sie sehr langsam sind irgendwann kriegen sie die und deswegen hier mit queen charge oben weiter gemacht das muss ich mal eben gucken die gegnerische queen ist dort ja die eigentlich weggekriegt hat die ist ja echt noch ist ja wirklich wirklich tief dort aber er hat natürlich noch die gladiatorin und da kann ich mir vorstellen dass er die mitgenommen hat und wir gucken mal da wird weiter gefahren dass die queen jetzt hier in die mitte reingeht richtung adler artillerie und richtung worden statua denn die macht auch böse schaden und jetzt wird die queen allerdings um kleines bisschen nach außen gezogen und da ist jetzt wieder drin hat er schön gesehen hier außen einfach zwei hocks dazu gesetzt dass das dass der turm da wegging und eilt hat die queen da in der mitte und die hocks hier mit dem worden und der royalen championnatin so nenne ich sie immer die queen macht die queen okay die kann auch noch zünden das hat er jetzt gemacht und kriegt den scattershot auch noch weg jawohl den scattershot schafft er da auch noch das heißt der flächenschaden ist da auch erst mal von den hocks runter und cooles teil hier auch sehr sehr schöner angriff wurde zumindest jetzt belohnt denn er hatte vorher schon so einen schönen angriff gemacht und der wurde einfach nicht mit drei stern belohnt weil es glaube ich ich glaube es war ein time fail oder ja ich glaube es war ein time fail und das ist immer sehr sehr schade weißt du wenn du einen cool angriff machst und der wird dann mit einem time fail belohnt das ist immer sehr 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 bitter für einen angreifer aber hier hat er das sehr sehr krass gemacht mit den hog ridern und am ende wartet zwar jetzt noch die die gladiatorin von vom gegner aber auch hier ist die andere ist seine gladiatorin also noch dabei letzte bombe hier und dann waren das auch hier echt super drei sterne ich wollte das einfach mal ich bin froh dass das noch festhalten konnte denn wie gesagt es war wartungspause aber es war jetzt nichts was irgendwie dringend ist nicht mal nicht dringend sind ja im moment sowieso nur drei dinge scheinbar in deutschland neben toilettenpapier mehl und null ist es ja noch was was uns so ein bisschen auf trappe hält hier gibt es im moment keine neuigkeiten also auch hier bei clash of clans zumindest in den englischen news nicht in den deutschen news gab es natürlich ein bisschen esl ich hoffe ihr habt das am wochenende auch bisschen geschaut auf den kanälen und ja ich mache dieses event das mache ich irgendwie und da mache ich hier noch ein bisschen weiter in den anderen dörfern aber wir werden uns in jedem fall in dieser woche wieder sehen ich hoffe die folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen schreibt mir mal unten in die kommentare rein was ihr moment so für angriffsstrategien habt auch wieder so plain angriffsstrategien oder doch eher so ein bisschen hybrid und da bin ich mal um eure meinung gefragt denn wie gesagt ich habe sie jetzt sehr häufig gesehen und da las man nahe dass ich euch das einfach mal zeige ich meine man hat die basis vielleicht auch schon so ein bisschen erkannt und sieht ja ja die habe ich auch schon mal so angegriffen die kann es natürlich auch anders machen gar keine frage würde mir gerne und reinschreiben also wie gesagt wenn euch das ganz gefallen hat dann lasst mir einfach jetzt am ende ein daumen nach oben da aber nicht vergessen glocke stellen und dann sehen wir uns in weiteren videos bleibt gesund leute bis dahin oder tut hoch recht